Ja, ja, mein Gift, warte auf, hui, aus, aus, an, gibt's ja wohl nicht hier, ist aber reisewatt, ähm, uff, warum kommt jetzt hier so eine riesen Wind vor einem, warum? Na, aua, danke, voll gemein, das auf einmal, ey, 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 so, vielleicht sind wir oben, yay, wir haben hier oben Wattenfilze, toll, ah, sieht aber an sich ganz schick, sind wir so weit runter? Ne, das steht ja, naja, das ist so weit runter, aber, ich muss nicht nur holen Unterschied hier Und dieses scheiß Wassergedönszeug, ne, dieses, wo, 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 wo wir jetzt einmal Reiser bekommen haben, etc., und diese, diese, diese Fische, und schieß mich tot, das ist, das, das, ne, das ist doof, ich möchte, Sieht auch schön aus, hier, das sieht auch schön aus Was ist das denn da hinten? Auch den Steg Ne, jetzt nicht mehr Guck mal, ganz viel von den gelben, ach ne, das ist ja, ach, das sind die gelben Blumen, ja, die haben wir ja schon so genügend immer gesammelt, schon beim Abbauen und beim Bauen unser Felderchen, ne? Das sind hier mal ein Blätter nur Das hätten ich glaube ich auch nicht, dass das wir brauchen Ha 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 Wie die Villager machen, die Bewohner Ha 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 Gehen wir mal vorsichtig hier runter Dum 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 So Zum Flühen Das wäre das Einzelste, die wir versuchen müssten am besten, echt dieses Zeug damit wir halt eben Noch ein bisschen was vielleicht von den Pflanzen herkennen, die da in Wasser, ne? Aber irgendwie Boah, Killer-Grillern Ach, warum haben wir denn diese doofe Pflanze drin gehabt? Gut Guter 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 Das ist aber echt selten Warum ist das so selten? Über am Wasser müsste das auch ein bisschen sein, ich weiß ein bisschen, ich weiß ein bisschen, ich weiß ein bisschen Ein bisschen, ein bisschen Ein bisschen, ein bisschen Aber gar nicht Nichts Nichts Warum? Warum? Warum ist denn hier nix davon? Warum? Bäh Bin ich ins Wasser Wir waren schon schon Baden, sauber sind wir Gut Bäh So, da kommen diese doben Wasserblumen Ding, das wollen wir aber nicht Wollen wir gar nicht Wollen wir gar nicht Das ist nicht das Das ist ja Ich bin nur schon fast da, wo wir Mal angekommen sind descen Das ist nur am Meereswasser. Meereswasser. Ich weiß es nicht. Ich kann es so nicht sagen und werde haupt denn einfach. Könnte sie sein wegen Zwischen und Muscheln, aber nein, sonst haben wir ja nichts zu tun, dauer Heidelberg. Seltsam. Sehr, 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 sehr kurios. Kurios, kurios. Das sind die auch nicht, das sind auch nur normale Blätter einfach. Da. Ist doch zum Mäusemelken. Auf jeden Fall ist das hier ja schon bekannt, das ist ja, also das ist nicht genau die Ecke hier, aber hier vorne kommt gleich unsere Enge, diese Bienenzucht halt. Komm her, komm her. Alter. Das stelle ich nicht so an. Na komm. Ist das hier, das ist okay. Ist das, oh. Gucken wir das aufheben? Ja, gucken wir. Killer Grillen hier, echt. Die haben das so schon alles weggefressen. Hört ja an, als ob ihr da auf der Insel gefangen seid. Geschieht euch ganz recht, muss ich leider sagen. Wenn ihr hier diese Dinger wegfressen tut. Wups, 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 wups. Die sind überall. So. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Oh, kurz vor der Bienenzucht sind wir hier. Dunkler Setzlenk. Noch einen dunklen Setzlenk. So. Es sind vier, was hier an der Entzeugung ist. Da da. Und wir waren ja erst, oder wir sind ja oft gewesen. Jedenfalls, naja, wir brauchen eine Anhaltung. Da ist sie. Da, 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 da. So, und das ist hier auch nur der ganze Katniss. Ist das nicht. Das ist es einfach nicht. Warum? Warum? Oh, 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 oh. Diese Setzlinge? Haben wir hier mal zugange? Hm, könnte ja natürlich sehr gut angehen, ne? Ja, kann sogar sehr gut angehen. Weil hier ist ja unser Freund. Naja. Ist unbedingt letzter Freund oder so, aber Freund hat. So. Liebe dich. Du hängst ja fest in diesem Stuhl, kann das sein? Pineapplecrop Das habe ich noch nie Cuttingboard Eine Presse Ein Ofen mit V Ofen Ja, ich lasse dich auch schon wieder hier in Ruhe Mach dir auch die Tür zu, dann kann ich keiner nerven, ne? Oh, es wird dunkel Vielleicht schaffen wir es ja in der Zeit Glaube, da hinten ist unser Zuhause, nämlich Wenn mich das nicht täuscht Wenn die Sonne sich so blenden würde Glaube, das können wir schaffen Wir kommen Wir sind wieder da Und haben ganz vieles Neues mitgebracht Oh mein Gott Ja Da, eine Laterne von uns Wir haben es geschafft Tatsächlich Wir haben überlebt Wir haben eine ganz gute Tour geschafft Wir haben echt vieles mitbekommen wieder Und wir haben eigentlich nur einen kleinen Teil Diese, ich weiß nicht, wie groß Eine Minecraft Welt sein kann Keine Ahnung Aber das später auch so ist, dass es wie in der In der richtigen Welt Also eine Kugel ist Und man kommt irgendwann wieder Halt zu Hause an Keine Ahnung So, erstmal schnell hier Zack Und einfach mal direkt hinlegen Er ist im Monster in der Nähe Und wo? Dann sind wir nicht wieder im Keller Hier ist alles Hier haben wir jetzt auch mal alles geändert Mit Slaps extra, damit die hier nicht spawnen Eigentlich Hm Seltsam Hallo? Ihr irgendwo Monster? Seht ihr nichts Hm Was? Was? Wo sollen denn hier Monster sein? Also nicht da oben Also in unserem Haus Keine Ahnung Wo keine Monster Da Ah Zwei Stück Wow Okay Trang Erde mit sich rum Ist ja schick Aber da wir wieder zu Hause sind Machen wir wieder Und sie sind weg Und jetzt können wir uns hinlegen Ah Schön Gut Wir werden auch schon wieder hungrig So Einfach mal hier Essen fertig machen Ich weiß nicht Hochstein können wir reinschmeißen Kies können wir reinschmeißen Dolomit können wir reinschmeißen Rosengranit Rosengranit Nice Ecologie Wakagi Noch mehr Erde Irgendwas anderes Und das sortieren wir im Nachhinein natürlich sortieren wir es erst Ach Pilz ey Rein mit dir Wann haben wir die denn aufgesammelt? So jetzt wollen wir erstmal nochmal ein Eichensetzling Oder zwei Auf jeden Fall Eichensetzling Ähm Nö So Ähm Jetzt müssen wir hier mal gucken Was hier Wir brauchen wahrscheinlich sogar noch mehr Wir haben hier eine Kokosnuss Dann machen wir auch alle drei Dann hatten wir doch Das Ding hier Ich weiß nicht ob das Grosch auch war Das heißt wir brauchen ein Ding nochmal Ein, zwei, drei Vielleicht passt das eher dann So Sechs Echt nicht? Okay Hä War das nicht so eigentlich? Das vielleicht mit dem Sitzling noch nicht? Wie solltet ihr da jetzt eigentlich doppelt beiden Sitzling? Ach Quatsch Kann man da jetzt beiden Sitzling? Da rein Ach Quatsch Hm Das ist ja gerade doof Das war so Okay Wollen wir das andere? Kokosnuss da So Erstmal reingepackt Damit wir erstmal ein bisschen hier Gerade Klar Schiff kriegen So Da ist es einmal Da ist es einmal Da ist es einmal Oh da haben wir die ganzen Sitzlinge Tannensetzling Fichtensetzling Fichtensetzling Magischer Ja Den können wir auch da hinten gleich irgendwo hinsetzen Aber wir machen erstmal die jetzt Ähm So Der hier nämlich Kann da mit hin zu dem Busch So Na Hier kommt ja auch noch Das ist auch noch ein Sitzling Das ist ja auch noch ein Sitzling Das ist auch noch ein Sitzling Das ist auch noch ein Sitzling Äh Das ist auch noch ein Sitzling Auch ein Sitzling Auch ein Sitzling Das ist ja auch noch Sitzling 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 Stramm Und warum haben wir den denn da reingeschmissen? Total Humbug. Total Humbug. So, auf jeden Fall erstmal hier. Die komische Witzlänge. Zack, zack, zack. Was ist das jetzt? Das ist auch ein neuer. Tropenbaum. Tropenbaum hatten wir glaube ich noch nicht jetzt, ne? Nee, hatten wir doch noch nicht. Aber beiden hatten wir doch schon. Das war... Keine Ahnung, das Ding kommt da hin. So, haben wir jedenfalls einfach so unsere Setzlinge gesetzt, dass wir sie irgendwann abholen können und zum Pflanzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, warte mal, es sind Blätter hier. Blätter? Wo waren denn Blätter noch? Die waren aber nicht hier. Die waren auch doch hier drüben, ne? Da hatten wir die. Ahornblätter. Wart zum Fackel. Hebel, Apfel, Stein. Warum... Stein denn so allein? Da einfach mal hin. So. So, wir müssen erstmal um die eine hier so ein bisschen kümmern. Shooter hat mir extra mit. Ne, guck mal. Das ist ja sowieso so ein bisschen Krabkram-Zeug. Krab, 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 krab. Genauso wie der Grimstone. Da weiß ich, da keine Ahnung. Wir müssen erstmal so mal oben reinwerfen in die Truhe. Und gucken. Ach so, scheiße. Ich muss erstmal rausnehmen. Da hin und da hin. Damit die erstmal irgendwie einsortiert werden. Aber wahrscheinlich wird das sein, dass wir die irgendwie einsortieren müssen, weil wir die noch gar nicht hatten. Weiß nicht, warum wir die mitgenommen haben. Seien die so toll aus. Ne, das ist ja nicht schon. Da erstmal hin. So. Da sind ja auch noch so viele, ne? Ne, 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 ne. Ähm, das Laub war drin. Jetzt haben wir noch dieses... Ist das jetzt ein besonderer Neifflasterstein oder warum haben wir den da drin? Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Wir brauchen echt fast doch noch hier hinten. Irgendwann, wahrscheinlich. Wir hatten doch hier auch sowieso diese komische Ding. Den. Oh, dunkles Laub nochmal. Gelbes Herbstlaub. Erde. Er hat noch hier noch eine Pflanze. Flachs. Kommt dort hin. So. Dann haben wir hier noch Laub. Dunkles Laub. Und das. Sieht bis jetzt auch nicht doppelt aus, irgendwas. Das ist orangefarbenes. Pinkfarbenes. Okay, das ist noch alles unterschiedlich. Ähm. Ja, das sieht doch bis jetzt ganz Jutti aus. Jutti-dutti. Ach, den Crapzeug da. So. Ach ja. Das ist echt kompliziert, das hier alles ein bisschen satiert zu bekommen. Ich bin klar.